Ja, wir sind beim letzten Mal stehen geblieben, als wir hier richtig auf die Fresse bekommen haben. Ich mache jetzt hier weiter und versuche einfach mal nicht zu derbe zu failen, weil mir das hier schon ziemlich auf den Sack geht. Mit dem Scheiß, bin ich ehrlich. So, wir müssen die Batterie einsetzen. Da ist mir beim letzten Mal die Aufnahme abgekackt. Oh, was passiert denn jetzt? Okay, ich glaube, da kommt irgendwas Fettes raus. Alter Schwede. Alter Schwede. Okay, da hinten rennt eine Bitch rum. Bin gesehen worden. Ich weiß zwar nicht von wem. Okay, von hier, mein Freund. Wir schießen sofort noch in die Fresse. Und dir Fotzer auch. So dumme Sau-Aufschiss war mir wieder sowas von klar. Warum ist das denn so eine beschissene Mucke? Hier kommt bald irgendwas wieder. Ach du Scheiße. WTF, bist du denn, Alter? Krasses Vieh. Nee. Boah, Alter Schwede. Vor allem, wie schnell du angeschissen kommst. Ich fasse es nicht. Nee, stopp, 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 stopp. Explosionsbolzen. Wo bist du, dumme Sau? Boah, hat es mir natürlich wieder voll zerraucht. Den habe ich daneben geschossen. Ich brauche Heilung. Mann, ich rotze ab, Alter. Er ist down. Korrekt. Boah, ekelhaftes Rotzvieh. 3000 hat es gegeben. Das ist ja mal richtig nice. Okay, die kann ich mir wiederholen. Perfekt. Perfekt. Kann ich dich anzünden? Obst du nochmal was? Alter, du warst ja richtig eklig. Boah. Die Mucke ist immer noch nicht weg. Wer weiß, vielleicht erwartet mich noch was. Aber wir haben auch wieder gut Munition gesammelt. Ich wollte letztes Mal für irgendwas ausgeben. Ich weiß nicht mehr. Ach ja genau, ich wollte für meine ähm, Bolzen ausgeben. Okay, was passiert jetzt? Okay, das Ding geht auf. Runter. Hoch. Runter. Ich gehe mal davon aus, dass ich da durch muss. Nein, lau. Oh, du wirst laufen. Boah. Gott sei Dank habe ich das vergebend. Äh, meine Fresse. Okay. Was war's? Die gehen jetzt nicht zurück oder gehen die zurück? Ich habe jetzt keinen Bock, hier drauf zu gehen. Ganz ehrlich, Leute. Hier, da ist eine Leiter. Hier ist Gel. Ich werde den Kopf jetzt auch nicht hochnehmen. Ich werde jetzt hier langsam rübermoven. Korrekt. Korrekt. Ich habe es geschafft. Ich muss sich ein bisschen umschauen hier, nicht, dass... ...ist hier noch irgendwo was in der Nähe ist, was mich wieder killt. Anfänglich für so eine Scheiße. Okay, was gibt's hier? Nichts korrekt. Einfach rein. Einfach rein. Gel gibt's hier. Wir müssen auch so langsam das Kapitel mal geschafft haben. Ganz ehrlich. Ja, das wüsst du hier auch mal ganz gerne. Ach du Scheiße. Da unten ist wieder so ein kaputtgeschlagenes Vieh. Ja, da muss ich mal gucken, ob ich denn hier noch... Das ist Explosion, ne? Ob ich denn noch Feuer... Feuer war eigentlich richtig gut, oder? Ah, Feuer ist teuer zum Herstellen. Boon-Bots kosten zwei, Brand-Bots kosten fünf. Ach so, okay. Ich kann, wenn ich in dem Magazin eins habe, dann kann ich noch eins hinterherherstellen, ne? Gut, reicht jetzt eh nicht mehr. Ich werde mal so ein Giftbolzen mal ausprobieren. Ganz ehrlich. Ein Kartenfragment. Jetzt fallen sie mir auf. Vor allem hat der jetzt mal gespeichert. Nicht, dass ich wieder von... Weiß ich nicht, von wo anfangen muss. Dreh dich um. Dreh dich um, du Affe. Spritze, kann auch nicht schaden. Bitte mit euch, diese Fotzen-Sau, die krakeelt hier irgendwo rum. Da hinten ist die Schlampe. Oh, da sind auch noch normale Zombies dabei, oder was? Oh, ist das ätzend. Das habe ich aber auch nichts. Okay. Wer nicht wagt, der nicht gewinnt, ne? Korrekt. Habe ich ihm direkt die Fresse weggeschossen? Lauf, 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 lauf. Nein, ich brauche hier was. Ich brauche was, ich brauche was. Boah, das sind zwei. Laber mich doch bitte nicht voll. Das kann doch nicht wahr sein. Das kann doch nicht wahr sein, dass das zwei sind. Ich weiß gar nicht, was das hier alles ist. Ich weiß gar nicht, was das hier alles ist. Einfach drauf. Ich kann ja auch nicht kaputt schlagen, ne? Oh, wix, den kaputt. Komm, Schockbolzen. Ich nehme was anderes hier. Eisbolzen hinterher. Einfach drauf, einfach drauf. Weiß noch nicht, was das ist, aber einfach drauf. Einfach drauf. Hapunbolzen hinterher. Komm schon, Hapunbolzen hinterher. Kommt an. Nein, nimm die Spritze. Wenn du mir jetzt verreckst, Alter, mache ich aus. Boah, ich fasse es nicht. Was für eine Scheiße. Also, Leute, das ist richtig krank. Ging zwei Stück. Gut, ich glaube, man könnte auch so, aber das sind 6000 Elixier. Wisst ihr was? Wir versuchen das nochmal. Wir versuchen das nochmal. Ich glaube, ich hole mir eine Spritze schon direkt rein, damit ich volle Gesundheit habe. Dann müssen wir die Brandbolzen auswählen auf jeden Fall. Als allererstes muss ich ihm in die Fresse geben hier. Das war sowas von klar. Das war jetzt nicht geschickt, was ich gemacht habe. Komm schon, lauf, 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 lauf. Nein, du Idiot. Komm schon, komm schon, komm schon. Vergiften, vergiften, vergiften. Vergiften. Das ist diese Scheißdinge aber auch noch. Oh, bist du schlecht, Alter. Habe ich denn nichts anderes mehr, oder was? Er lebt aber auch noch. Er lebt aber auch noch. Ach, das ist Blendbolzen, was ich da drauf geballert habe. Oh, ich habe gar keine Dinger mehr frei hier. Ich dreh durch, Alter. Schockbolzen. Pass mal auf, dann haue ich den... Schockbolzen da noch drauf. Muss ich ihm den Pumpkan geben. Geht nicht anders. Komm, stirb. Jawohl, Strike, Alter. Fick dich, du Missgeburt. Da habe ich es euch besorgt, ihr Stück Fickscheiße hier. Korrekt, korrekt. Zwar überhaupt keine Moon mehr. Aber egal. Komm, Medizin rein hier. Die Scheiße hier entschärfen. Korrekt, jetzt wird hier systematisch aufgeräumt. Erstmal alles einsammeln. So soll sie nicht treten. Er ist doch totmangelnd. Soll sie die Kissen kaputt machen. 17.000, das ist richtig gut. Richtig gut. Jetzt muss ich hier nochmal gucken, ob ich hier auch nichts vergessen habe. Ne, ja, habe ich nicht. Aber ja, noch so kranke Musik. Der Fight hat sich mal richtig gelohnt. Auch wenn ich gut Moon ausgegeben habe. Aber es war richtig nice. Wird ja nicht noch einer rumrennen, oder? Kriege ich aber die Kretze. Komm, lad nach, die Scheiße. Kann ich noch ein paar mitnehmen. Könnte ich hier mit dem Haken was machen? Nein, natürlich nicht, ne? Habe ich jetzt alles abgeräumt hier aus den Ecken auch? Alle Dinger, die ja in der Wand gesteckt haben. Das muss ich als nächstes betätigen. Ich brauche auf jeden Fall Teile, ey. Unbedingt. Und ich will wieder mehr von diesen Wolzen herstellen kann. Die Mucke ist krank, ehrlich. Die Mucke ist krank, Leute. Die Mucke ist echt krank. Stopp. Wollte gerade sagen, da habe ich doch was gesehen. Sogar meine Blendbolzen verballert, ich Idiot, ey. Ganz ehrlich. Aber es ist so in der Aufregung, wenn man da voll in Motion ist, dann wichst man einfach alles raus, was man hat.